Hallo Leute und herzlich Willkommen zu GTA 5 Online. Ähm, wir waren jetzt direkt kurz, warte mal. Ach scheiße, das ist ja anders als bei Red Dead, warte mal ganz kurz. Wir waren jetzt hier oben erstmal ins Casino und werden mal unseren täglichen Bonus abholen. Und dann schauen wir mal weiter. Aber erstmal hier ganz kurz hier. Zack, allo. Monstisch Stunt. Knapp verfehlt. Ne, okay, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt. Und eigentlich, das ist mir, oh Gott. Oh, kurz die Straßenseite gewechselt. Warte, er geht zurück. Geht zurück. Uff, das wird, wir können eigentlich auch mal, äh, so Straßenrennen machen gegen Red oder so. Wieso ist da ein Polizist? Och nein, das tut mir jetzt aber leid. Ja, wieso steht der auch einfach hier auf der Straße, das kann ja nicht wahr sein. Ja, man, da vorne ist ein Helikopter, alles klar, ja. Muss los. Okay, jetzt haben wir hier unsere Verfolgerungsjagd, beziehungsweise. Unsere Straßenrennen an. Oh, shit. Okay, komm, gib Gas. Oh nein, was ist das denn? Aua. Ja, perfekt. Wunderschönes Auto. Ich kann jetzt nur hoffen, dass hier kein Zug kommt. Oder Tram oder was hier kommt, keine Ahnung. Nein, das war so dumm. Och nee, da kommen wir bestimmt nicht mehr raus. Ah doch, okay. Ah, Glückwunsch. Oh Gott, das tut mir jetzt leider, Alter. Ich muss aber hier kurz durch. Oh shit, wenn der jetzt wendet. Tut mir leid. Oh, ich hab sie verloren. Okay, dann können wir jetzt eigentlich dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Ja, vielleicht müssen wir auch irgendwie bald mal noch Auto wechseln oder so, also werden wir hier gerade ein nices Auto sehen. Ja, das war... Bruder, als ob. Unser Auto ist zu tief, um hier drüber zu fahren. Was? Alter, was ist denn hier los, hier im Chat, Alter? Oh Gott, sollte man besser auf die Straße achten? Aber was? Was biegt der auch einfach ab, Alter? Oh, no. Alter. Ist auch relativ langsam, das Auto. Oh shit. Ich wollte ja auf die Brücke, aber... Machen wir halt einen kleinen Umweg. Okay, wir können ja hier einfach die Abkürzung nehmen. Oder auch nicht. Aua. Vielleicht ist ja das Auto neu, wenn wir jetzt dann zurückkommen. Hier. Oh, da war ein... Ein, äh... Ein teures Automobil. Wir lagern das erstmal wieder ein, dann können wir da gleich ein neues bestellen, wenn wir hier rauskommen. So, wir gehen jetzt erstmal rein. Okay, das Auto ist jetzt nicht so geil. Digga, wie sieht das denn aus? Guck mal die Form. Oder ist das ein Porsche? Ich glaube, das war mit einem Spoiler, aber das ist ganz nice. Wir versuchen es auf jeden Fall mal. Kennt ihr da diese Tricks, die uns da helfen, da irgendwie? Ich glaube, es sind die kommende Tage. Okay, ja, fortfahren. Ich würde gerne drehen. Und ich glaube, ab dem... Nachdem das Symbol erscheint hier, müssen wir eins, zwei... Oder zwei Sekunden warten. War das nicht so? Und dann sollte man, glaube ich, aber eigentlich ganz langsam anstoßen. Als ob 30.000. Ich bin reich. Und dann holen wir uns auch noch ganz kurz hier. Besucherbonus. Zack. Gib mal her. Ich glaube, wir haben sie mittlerweile aber auch runtergestellt, oder? Kann man jetzt hier noch jeden zweiten Tag holen, oder so? Und wir gehen jetzt mal wieder raus hier. So, und da unser Auto hin steht und die Sorgen, bedienen wir uns mal an diesem Gefächt, das wir hier haben. Als ob der hat es nicht abgesperrt. Wie fliegt man denn mit diesem Ding? Oh. Oh nein. Oh Gott, Alter. Ich habe mich ja fast selbst in die Luft gesprungen. Interessant. Oh Gott, Alter. Pass doch auf. Wie ist das denn gerade passiert? Wie hat... Wie... Also, das kann ich mir jetzt nicht erklären. Alter, was machen die hier? Das ist ein komplettes Chaos jetzt. Hallo, na? Oh, da schießt einer. Deswegen ist Chaos hier. Ich will auch Polizist sein. Warte mal. Gib mir... Sir. Gib mir mal kurz... Oder Ma'am. Tut mir leid. Gib mir mal kurz mein Auto. Oh, da war die Polizei. Scheiße. Jetzt haben die mich gesehen. Ich bin doch einer von euch. Leute. Oh Gott. Scheiße. Ist das ein Scheiß-Auto? Hallo, Polizei. Ich helfe euch. Oh Gott. Tut mir leid. Nein, das wollte ich nicht. Aua. Aua. Also, wie das wieder passieren konnte, kann ich mir nicht erklären. So, jetzt aber. Oh, ein Polizei-Auto. Von wo? Alter, wieso würde ich mir da auch mit dem Kopf gelassen? Gar nichts gemacht. Ich habe nur der Polizei geholfen. Ah, warte. Ich weiß, glaube ich, wo eine Polizeistation... Warte, wir können doch ganz kurz... Ach, wieso? Läster, mein Gott. Können wir hier nicht mit L? Hallo? Ah, das ist ja mit dem... Ein Ratter, das ist halt mit L? Das ist ja... Okay, wir gründen hier kurz unseren Motorrad-Club. Und jetzt können wir hier, genau, mein Motorrad anfahren. Welches ist das denn? Ah, okay. Eher ein sportliches. Und ich glaube... Ich glaube, hier irgendwo... Hier irgendwo... Hier in unserer... Ich glaube, dort unten irgendwo ist eine Polizeistation, wo wir uns ein Polizeiauto bohren können. Damit wir auch Polizist sein können. Ah, ne, scheiße, warte, ich muss hier abbiegen. Genau, und jetzt hier runter. Natürlich ist kein Auto da. Perfekt. Ist hier vorne eins? Nee, hä? Sind die alle auf Streifen? Ähm... Was machen wir jetzt? Da müssen wir uns halt eins suchen hier. Oder wir sind einfach Zivilpolizist, natürlich. Hä, wo bin ich denn hier gelandet? Motwörtlich. Okay, wir müssen... Wir gehen hier mal auf die Autobahn. Ich glaube, das ist die Autobahn, oder? Ja. Nee. Ja, das ist nicht die Autobahn. Hä, wo geht's auf die Autobahn? Hier vorne? Ja, hier, oder? Oh, guckst du. Das ist okay. Ah, genau, jetzt sind wir hier runter. Gucken wir hier erstmal. Nee, hä? Achso, hier. Nee, da wird ja auch gebaut. Gar, wir machen Freeride. Boah. Jetzt müssen wir uns hier ganz kurz... Aua. Wollte ich gerade sagen, wir müssen uns ganz kurz dafür Fältigung hier anpassen, aber... Hat nicht so gut geklappt. Oh, ich hab ne Explosion gehört. Oh Gott, tut mir leid. Aber ich muss hier hoch. Ich hab doch hier die ganze Zeit explodiert, Alter. Ja, hier drüben. Irgendwo. Oh Gott. Wow, Alter. Wo kommen die... Oh Gott. Ey, mein Motorrad. Ey, das kann man doch hier nicht so machen. Jetzt fassen sie sich. So, ach man, mein Motorrad. So, wach, wo? Wo war jetzt hier das Problem hier? Hä? Da ist ja gar nichts. War das hier vorne? Nee, hä? Oh. Bruder, die Zentrale gibt mir aber auch keine Anweisung. Ist ganz komisch. Oh, ich glaube, den haben sie geschnappt. Toll, jetzt gehen wir wieder zurück in unsere normale Schicht. War das langweilig. Hier geht's, Alter. Hier vorne ist doch ein Spieler. Äh? Habt ihr diese Stange gesehen? Okay, Sir, was... Was tun sie hier? Oh. Tut mir leid. Keine Wache. Hä? Oh. Äh? Komm jetzt. Sir, sie müssen... Aua. Ich glaube, das ist nicht so. Guck, wir haben... Äh? Das ist aber... Bucht an. Oh, yo, yo, yo. Was ist denn hier los? Oh, sie steht da noch. Wir haben sie ihr Auto verlassen. So will anhalten. Ja, Polizei muss das sichern hier, weil... Vielleicht hat die da eine Bombe oder so. Machen wir einfach ganz kurz. Warte. Guck. Fahrzeuge. Hä? Nein, sie fahren meinen Motorrad an. Hallo. Guten Tag. Oder... So, bitte einlagern hier. No, Gott. Untertitelung des ZDF, 2020